Servica spendet mit ihrem Charity-Neujahrskonzert in der Grieskirchen am Mangelburg am Samstag, 6. Jänner ab 19.30 Uhr viel Freude. Servica vertritt alle sieben Serviceclubs aus Grieskirchen und Umgebung und organisiert dieses Konzert gemeinsam mit der Stadtgemeinde Grieskirchen. Der reine Erlös kommt mehreren wohltätigen Zwecken zugute. Das Servica-Neujahrskonzert Grieskirchen 2024 wird Ihnen präsentiert von HT1. Das schaue ich mir an.